Es ist die Frage des Bundespräsidenten hier gestellt worden. Ich entschuldige mich, dass ich dazu kurz Stellung nehmen möchte. Ich wiederhole gerne noch einmal, dass ich die Arbeit des Bundespräsidenten schätze. Ich glaube, er hat in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt, dass er auf viele Fragen eine Antwort gegeben hat. Sollte es neue Fragen geben, bin ich davon überzeugt, dass er sie genauso beantworten wird. Deshalb hat meine Wertschätzung Bestand. Ich freue mich morgen auf den Neujahrsempfang.